WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich versuche einen kurzen Querschnitt zu zeigen, ein bisschen Anwärmung fragen, ein paar Schwertechniken, ein paar Paketen, ein bisschen Schwererhafenlose Sachen an und ein bisschen Entwogen zeigen, was wir so tun. Andere Richtungen. Steigen ein, steigen ein, steigen ein, sieben ein, aus dem Ausland. Andere Richtungen. Beide Armen nach oben, gegeneinander kreisen. Und nach hinten gehen wir weg. Und nach hinten gehen wir weg. Und gehen an. Und das ist doch schon klar. Rücken durchgehen lassen. Runde Rücken auf. Rücken auf. Rücken. Wir machen den Nieren. Zusammenziehen zu Mitte. Entspannter nach vorne. Und eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Abwehr nach hinten. Zwei Minuten, acht Minuten. Vor. Zwei Minuten. Eins, zwei, vier. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, absetzen, sofort in die zweite Hand, eben absetzen, eins, zwei, drei, vier, fünf. Arme öffnen, hinten das Bein, nach links schwingen, oben rechts in die Hand und wieder absetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und alle, schon durch, wenn die Rekordung war, das heißt, die Bewegung nach hinten. Und wiec's, fünf, fünf, sechs, sechs. Ihr habt euch, warte, fünf, sechs, 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 sechs. Vier. Einander. Die Geburt aus den Knie, die ich mit bei zuhause habe, hat man meist gegeneinander voreinandergelegt. Die Vorstellung ist von hinten leer. Ja, ich sehe das wirklich schon, da kriege ich das mit. Bevor ich aufstehe, dauert es zu lange. Also auch von mir ausdrehen, sichern, säubern, falls die Kriminein dreckig geworden ist. Ich möchte das nicht mehr drin haben. Ich lecker meine Frau. Eins. Zwei. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.